okay also ich habe ja ich habe mir folgendes überlegt wir waren ab jetzt mal alles zusammen machen wenn es irgendwie geht ja so wie die sache ist halt die es gibt bosse jetzt auf der insel einmal und einmal im kackvogel der vogel ist nicht so geil weil der scheiß sich halt die ganze zeit an jetzt wollen wir erst einmal ganz kurz das boot vorstellen ja hier ist unser schöner motto hallo meine damen und herren hier ist unser schöner holz schaut aus wie ein windrad na ja irgendwie so ein wasser wasserrad oder kommt dampf raus oh mein gott große insel so die brauchen zwei motoren hast du ein bisschen holz ist nie zufrieden seht ihr ihn der mann der nie zufrieden ist und immer will er meine ressourcen ja gut ein holz kannst du hast du holz ich glaube ich bin gerade abgestürzt nur ein holz ja das lang doch bitteschön ein holz lang naja wir waren ja nur ganz kurz draußen so zu lassen es erstmal gucken hier ja übrigens ich habe übrigens meine hotkeys entfernt weil bei microsoft flight simulator ja da ist mir ein unfall passiert ja was ist denn passiert da muss ich oft f8 von f7 halt drücken und auf f8 habe ich aufnahme beenden auf f7 habe ich aufnahme starten ja das ist immer dieses problem deswegen mache ich das nicht mehr weil ich hatte mal belegt und obs und dann ist dauernd obs angegangen und vor allem obs mittendrin ausgegangen weil ich irgendwas gedrückt habe warte mal ich will mal erst das essen drauflegen und dann was ist dann passiert ich habe gar nicht zugehört was ist dann passiert was ist denn passiert mit deiner essen wieso essen ich will die nicht essen ich will die drauf liegen damit eines shortcuts du hast doch irgendwas erzählt dass gerade irgendwas mit deine shortcuts passiert ist na ist egal kommen wir mal weiter ich lege jetzt mal essen auf dem grill damit wir was zu essen haben und ich muss tatsächlich zu meiner schande gestehen meine tasse ist weg da sie ist weg hast du vielleicht zufällig eine zweite tasse 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 hallo kann es auch keine mehr du bekommst auch keine mehr ich weiß nicht ich habe hier sand wo ist meine tasse hin kann ich denn eine tasse herstellen warte mal kurz warte mal ohne tasse geht nix ich würde gerne in den vollbildmodus rein was möchtest du in den vollbildmodus rein im vollbildmodus rein läuft die aufnahme bei dir ist der strom an bei dir nicht der strom der ton an oder kommt ein faß da kommt ein faß da kommt ein faß mitnehmen brauchst du noch blanken immer so gemein meine damen und herren ausbeuterisch wo sind die planken hin hier da bitte schön hast du vier stück ich hoffe du weißt das zu würdigen ich habe hier noch kupfer brauchst du kupfer ach so nichts in die truhe davon ist holz 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 ach du meine güte kommen da viele fässer wo kommen die denn alle her hast du das holz hingelegt äh genau vor dir warte mal ich bringe es dir gleich ich brauche das hier na kommt hier ist ein faß hier ist ein faß jetzt die meisten ach so ich wollte ja passi ich warte mal warte mal ich wollte hier noch auf hat er immer noch starten eine aufnahme ja natürlich start zu start zu start zu im gottes willen 321 hi leute was geht heute zu neuen video auf meinem kanal heute wie dann hier ist oft bei euch dann auch mal wieder planken ja wir können ja dann ich mache jetzt ein bisschen wasser hier sind sehr viele planken dieses ding davon ist alles ist sogar ist einfach sogar was denn unser holzmotor dieses auffang nein dieses an auffang netz davon ja sag ich doch die haben sich echt die haben sich echt gelohnt wir müssen uns mal wirklich halt einfach mal eine stunde hinsetzen viel luden und dann das kommt weil wenn ich habe mir mal das boot angeschaut von das boot ja das raft von paluten das ist natürlich schon gigantisch na also ich meine ich will es ja gar nicht so groß haben wie er aber dass man mal ein bisschen ich will es auch nicht so groß vielleicht mal ohne löcher und so ja und dann du musst immer diese motoren nachfüllen mit holz ja mit holz wieso habe ich da 10 stück drin hier vorne sind überall holz drin immer nachfüllen warte mal kurz ich bin der captain hier ich bin der captain hier vorne ist holz also ich lutz für dich und schmeißt hier hin hier ist holz hinter dir ist holz ja ich brauche kein holz bumm dann doch du musst aber nachfüllen hier ist holz wieso haben wir hier noch so viele fangnetze frag mich das nicht ja aber die fangnetze die müssen wir ja die müssen wir ja raus tun weil sonst verarschen wir uns ja selber warum fahren wir noch da ich will noch da bitte pass ihr dadurch überhaupt bestimmt dass wir dazu fett sind für kann ich da noch ans ach da kann ich noch mehr machen oder was tut mal ausschalten motoren so ich bin grad bei den fangnetzen so kann ich jetzt das da nicht her machen glaube wir sind zu fett dafür für was ja gut für die schlucht hier durch also wir müssen jetzt wirklich uns darum kümmern dass wir hier nicht übergewichtig werden nein dass wir das das boot jetzt als nächstes machen wenn die insel fertig ist machen wir das boot das gefällt mir nicht weil sonst muss ich das müssen wir das mal privat machen ohne aufnahme weil das wo ist denn jetzt mein hammer ja das war das einfach mal eine stunde hinsetzen und nur das boot machen wir sind leider zu fett dafür kann man das so nennen ich weiß nicht was du meinst mit fett ich habe noch fünf stück die müssen wir auf jeden fall her machen weil wir uns da ja wir sollten mal wieder was machen hier ein moment ich mache hier gerade die fangnetze her und hier ist ein scheiß möbel ich knall dich gleich ab so gemein unser möwenmörder jetzt ist mein holzhammer weg warum kann ich die möwen nicht abstechen jetzt aber ich habe sie nicht abgestochen würde ich ja nie machen eine sendung von mir heißt der möwenmörder hier könnte das sein das kann ich nicht mal ein ding machen weil ich kein holz habe immer mal den stein da rein dein sand habe ich hier noch sand wir haben also blätter haben wir genügend okay ja die unordnung fällt mir nicht aber es ist egal so meine damen und herren wo bist du was machst du wir haben kein holz ja weil du wie ein irrer immer von einer station zur nächsten rennst anstatt dass wir mal einmal ein irgendwas richtig machen also können wir dann loslegen also ich möchte dich mal ganz kurz korrigieren wir machen eigentlich alles richtig ja die sache ist die wir haben keine metz mehr ja weil eine gewisse person wie ein irrer von hier nicht anwesend nein nein wir nennen sie mal salt er setzte a durch u tschuldigung und schon wissen wir wer es ist so ich habe jetzt hier mal da ist glaube ich einer der nulls hier schuld der nulls 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 so hast du genug zu essen ja gehen wir auf die insel ja warte mal aber hast du erst genug hast du gegessen hast du getrunken alles ja habe ich ja dann warte mal dann trinke ich jetzt mal so ich meine flasche ist nicht voll flüssigkeit einfüllen flüssigkeit einfüllen wieso einfüllen ich will trinken flüssigkeit trinken dann trink so trinken wir mal weil ich habe keine flasche aber wir hatten doch irgendwo diese hatten wir ja noch ähm hatten wir noch wassermelonen da nehme ich mal welche mit irgendwie bitte gehen damit der haie nicht mehr angreift das ist unlogisch dass du da gerade sagst was hat das eine mit dem weil wir dann nicht mehr in deren chunk sind und der haie dann nicht angreifen kann der macht uns doch nichts wo sind die wassermelonen ich hab so viele schöne wassermelonen gehabt hier acht stück aber wollen wir nicht erst noch schlafen gehen bitte ja können wir machen weil sonst sehen wir nichts bin zwar schon los geschwommen aber alle spieler müssen schlafen gehen sie bitte schlafen alle kurz ich komme gleich im kalten wasser du kannst du hinter einer hängematte schlafen ja ja deine hängematte hier ja ich war schon also dann gehen wir halt mal ja da hinter mir ist der hei ich komm zu dir ich komm zu dir ja wo muss man denn ja ist so wurscht ich hab ihn abgewehrt alter hä wo kommt wo müssen wir denn hin hier da ist der hii ich kann ja mal bist du stress bist du stress Alter der ist ja übel schnell hat der speedhack an jetzt hab ich kein ding mehr scheiße meine meine metallsperre sind alle kaputt brauchen wir die wo bist du denn ähm ich beschütze dich und ich hatte dir eigentlich einen gemacht letzte folge ja aber der ist schon wieder kaputt du hast mich ignoriert wo bist denn du ich seh dich nicht schau mal hier wo bist du hier ich bin gleich tot ja ja hier hallo hier ach hier wie du bist tot mein gott ist das hier schön jetzt warte mal komm schnell nicht komm schnell Juni nein ich renne jetzt schnell schau ich mir das erstmal meine Ruhe hier an watch out for beers hast du gehört hier oben ist eine halte ausschau nach Bären bitte wunderschön gemacht dieses ewige rumgehetze man sieht überhaupt nix die leute wollen ja auch mal was sehen und nicht nur immer diese schnell schnell hier watch hier watch out for beers also hier sind ja Bären da ist ja achso next instance der Kackvogel ähm ja Alter wieso läuft die so langsam jetzt